Es geht um die Vermögenssituation und wie wirkliches Vermögen aufgebaut werden kann. Jeder Verbraucher träumt von finanzieller Unabhängigkeit. Ein Traum, der leider oftmals nur ein Traum bleibt. Wie sieht die Realität aus? Die allermeisten Menschen kämpfen im Alltag ums Überleben. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen von 2400 Euro reicht gerade einmal, um mehr schlecht als recht durchzukommen. Und der Traum einer entsprechenden Versorgung bzw. der Traum, als reicher Rentner ein sorgenfreies Leben im Alter führen zu können, bleibt in der Vielzahl der Fälle auch nur ein Traum. Vater Staat hat uns eine staatliche Altersversorgung in Aussicht gestellt, die nach eigenen Angaben heute nicht einmal mehr zum Überleben reicht. Und fraglich ist, was die nächsten Generationen von dieser Seite noch zu erwarten haben. Und die Institute, allen voran Banken, Bausparkassen und Lebensversicherer, haben uns weismachen wollen, dass deren Sparverträge uns den Wohlstand bringen. Vertreter vermitteln Sparpläne für den Vermögensaufbau und geben ihren Kunden das Gefühl, damit vorgesorgt zu haben. Es wird erzählt, unser Geld sei sicher angelegt, es vermehre sich wie von selbst und unser Leben sowie unser Ruhestand seien geregelt. Wozu hat das im Verbraucherverhalten geführt? Wir haben verschiedene Verbraucher befragt, welche Anlageformen ihnen bekannt sind, welche sie davon schon selbst in Anspruch nehmen und ob sie glauben, damit eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Betrachten wir uns diese Angebote der Institute einmal näher. Bewerten kann man eine Anlage nur, wenn man das Ziel kennt und überprüft, ob das gewählte Produkt eine Zielerreichung ermöglicht. Vermögensaufbau lautet das Ziel der allermeisten Verbraucher und nicht etwa Vermögenssicherung. Denn die meisten müssen ja erst einmal ein Vermögen aufbauen, das es dann in Schritt 2 zu sichern gilt. Hier stellt sich die Frage, welche Renditen für einen sinnvollen Vermögensaufbau zwingend gegeben sein müssen. Also betrachten wir uns die folgenden Punkte. Erstens, welche Renditen bringen die sogenannten traditionellen Anlageformen? Zweitens, welchen Einflüssen unterliegen diese Renditen, sprich, was verbleibt im Verbraucher tatsächlich? Drittens, ermöglichen die Nettorenditen eine Zielerreichung? Erstens, welche Renditen bringen die sogenannten traditionellen Anlageformen? Bankprodukte bringen im Schnitt zwischen 1 und 4% Zins pro Jahr, Bausparprodukte zwischen 1 und 3%, Versicherungsprodukte zwischen 2 und 5%. Zweitens, welchen Einflüssen unterliegen diese Renditen, sprich, was verbleibt im Verbraucher tatsächlich? Erstens, Inflation, also Geldentwertung. Wichtig ist hier die Inflation, die man im Geldbeutel spürt, also die Preissteigerung der Güter, die man zum täglichen Leben benötigt, und nicht die Inflationsrate, die uns von den Medien und Politikern genannt wird. Der Staat gibt jedes Jahr eine Inflationsrate, also einen Verbraucherpreisindex bekannt, welcher sich aus einem frei definierbaren Warenkorb zusammensetzt. Dieser Index soll in den letzten Jahren laut staatlichen Bekanntmachungen bei rund 1% jährlich gelegen haben. Betrachten wir uns einfach mal anhand verschiedener Beispiele, was es bedeuten würde, wenn die jährliche Preissteigerung tatsächlich 1% betragen hätte. Dann müsste beispielsweise eine Pizza Margherita, die im Jahr 2000 4,50 Mark gekostet hat, heute, 10 Jahre später, 4,95 Mark, also rund 2,50 Euro kosten. Doch was kostet die Pizza heute tatsächlich? 5 Euro. Das entspricht einer Teuerungsrate von über 8% jährlich. Ergebnis, Vater Staat verschleiert die Wahrheit. Nächstes Beispiel. Eine Tasse Cappuccino hat im Jahr 2000 3,50 Mark gekostet und müsste bei einer Steigerungsrate von nur 1% heute 3,85 Mark kosten, somit rund 2 Euro. Doch ein Cappuccino kostet 3 Euro. Der Preis von 3 Euro entspricht einer Steigerung von 5,3% jährlich. Ergebnis, Vater Staat verschleiert die Wahrheit. Ein Liter Normalbenzin hat im Jahr 2000 eine Mark 93 gekostet, müsste demnach bei einer Preissteigerung von 1% heute bei rund 1,10 Euro liegen. Tatsächlich kostet der Liter Normalbenzin heute rund 1,40 Euro. Der Preis von 1,40 Euro entspricht aber einer Preissteigerung von über 3,5% jährlich. Ergebnis, Vater Staat verschleiert die Wahrheit. Zweitens, Steuern. Beim Thema Steuern ist Vater Staat auch nicht väterlich zu uns. Seit 2009 kassiert der Staat von jedem erwirtschafteten Euro seinen Anteil. Entweder in Form der Abgeltungssteuer oder alternativ über die Einkommensteuer. Hinzu kommen noch Solidaritätszuschlag und eventuell die Kirchensteuer. Hierbei sind zum Stand heute noch kleine Freibeträge geblieben, wobei die Frage gestellt werden darf, wie lange es diese noch gibt. Wenn man die Höhe des Freibetrags ansieht, dann ist dieser schon verbraucht, bevor man auch nur von einem kleinen Vermögen sprechen kann. Im Schnitt kann man also davon ausgehen, dass uns von den Erträgen rund 30% genommen werden. Somit verbleiben nach Inflation und Steuern folgende Netto-Renditen. Bei einer Brutto-Rendite, also einer Verzinsung von 2% jährlich, abzüglich einer unterstellten Inflation von 3%, abzüglich 30% Steuern aus 2% Zins, das sind 0,6%, ergibt das eine Netto-Rendite, also eine wirkliche Verzinsung von minus 1,6%. Bei 3% Rendite, abzüglich 3% Inflation, abzüglich 30% Steuern aus dem Zins von 3%, also 0,9%, ergibt das eine Minusrendite von 0,9%. Bei 4% Rendite, abzüglich 3% Inflation, abzüglich 30% Steuer aus diesen 4%, ergibt das eine Minusrendite von 0,2%. Und erst ab einer jährlichen Verzinsung von 5%, abzüglich Inflation und Steuer, verbleiben nur mal 0,5% Plus. Bei 6% Rendite, verbleibt lediglich ein Plus nach Inflation und Steuer von 1,2%. Und bei 8% verbleibt ein mageres Plus von 2,6%. Drittens, ermöglichen diese Netto-Renditen eine Zielerreichung? Nein! Beim langfristigen Vermögensaufbau ist eine inflations- und steuerbereinigte Betrachtung zwingend erforderlich. Jeder, der das nicht berücksichtigt, spart fleißig, erreicht jedoch niemals sein Ziel. Er hat keine Chance, denn die Mathematik lässt es nicht zu. Und die Basis der Diskussion sollte doch die Mathematik sein. Sie ist immer wahr, klar und ehrlich. 3 minus 3 ist nun mal 0. Beispielrechnung Das Durchschnittseinkommen der deutschen Haushalte soll, wie bereits erwähnt, laut Statistischem Bundesamt bei ca. 2.400 Euro netto liegen. Die Altersrente beträgt rund 60% daraus. Also nehmen wir bestenfalls diese 1.440 Euro an. Somit besteht im Alter eine Lücke von ca. 1.000 Euro monatlich, will man lediglich sein Einkommen aufrechterhalten. Betrachten wir uns dieses Beispiel. Ein Arbeitnehmer geht in 30 Jahren in Rente und benötigt eine Zusatzversorgung von monatlich 1.000 Euro. Bei einer unterstellten Inflationsrate von 3% jährlich entsprechen diese 1.000 Euro in 30 Jahren einen Betrag von 2.427 Euro. Welches Kapital benötigt nun dieser Rentner, um diese 2.427 Euro monatlich sicherzustellen? Ergebnis? 776.000 Euro. Ja, Sie haben richtig gehört. 776.000 Euro. Warum? Von diesen 776.000 Euro müssen noch die Steuern abgezogen werden, welche wir hier pauschal mit 25% berücksichtigen, da auf das eingesetzte Eigenkapital keine Steuerbelastung anfällt. Somit verbleibt ein Kapital von 582.000 Euro. Diese 582.000 Euro, angelegt zu angenommen 5% Jahreszins, ergeben jährlich 29.124 Euro und somit die erforderlichen 2.427 Euro monatlich. Also, 776.000 Euro sind erforderlich, um nach Inflation und Steuern die monatliche Versorgung von heute 1.000 Euro Kaufkraft zu erreichen, was in 30 Jahren 2.427 Euro entsprechen würde. Jetzt stellt sich die Frage, welche Sparbeiträge sind notwendig, um bei einer 30-jährigen Anspardauer 776.000 Euro zu erreichen. Das Ergebnis ist abhängig von der unterstellten Rendite. Bei einer angenommenen Rendite von 4% bedarf es eines Ansparbeitrages von sage und schreibe 1.133 Euro monatlich. Wer kann sich das leisten? Bei einer angenommenen Rendite von 6% bedarf es eines Ansparbeitrages von 797 Euro monatlich, immer noch für die meisten nicht realisierbar. Bei einer angenommenen Rendite von 8% bedarf es eines Ansparbeitrages von 551 Euro monatlich, auch dieser Einsatz überfordert die meisten Verbraucher. Bei einer angenommenen Rendite von 10% bedarf es eines Ansparbeitrages von 376 Euro monatlich, langsam erscheint es realistischer. Und bei einer angenommenen Rendite von 12% bedarf es eines Ansparbeitrages von 254 Euro monatlich, das dürfte dann so langsam in den Haushalt der Deutschen passen. Doch wie gesagt, Voraussetzungen sind die 30 Jahre Anspardauer sowie die abgebildeten Bruttorenditen. Wer weniger Zeit, geringere Renditen oder geringere Monatsbeiträge leistet, kommt niemals an. Das ist die nackte Wahrheit. Wir machen ein zweites Beispiel, um die Auswirkungen von Inflation und Steuern zu verdeutlichen. Legt man 10.000 Euro zu 2% jährlich an, abzüglich 3% Inflation und 30% Steuern aus 2% Zins, also 0,6%, ergibt das eine Nettoverzinsung von minus 1,6%, also ein Ergebnis von 9.840 Euro Kaufkraft nach einem Jahr. Bei einer Verzinsung von 3% ergibt das ein Minus von 0,9%, also einen Betrag von 9.910 Euro Kaufkraft. Bei 4% jährlicher Verzinsung ein Minus von 0,2%, also ein Kapital von 9.980 Euro Kaufkraft. Und erst bei einer Verzinsung ab 5% bleibt die Kaufkraft erhalten. Somit verliert jeder, der sein Geld unter 5% anlegt, auf Dauer sein Kapital, also dessen Kaufkraft. Wenn man sich jetzt zusätzlich verdeutlicht, dass der Durchschnittszins der Deutschen unter 5% jährlich liegt, wird das Dilemma erst so richtig klar. Das ist bedingt durch die Beratung und den Verkauf von konventionellen Produkten von Banken, Bausparkassen und Lebensversicherern. Dadurch ist Kapitalverlust und Vernichtung vorprogrammiert und unseres Erachtens gewollt. Die einzigen Profiteure dieser Manipulation und Irreführung einer ganzen Nation sind die Finanzinstitute und der Staat, der sich durch diese Institute refinanziert. Ganz ehrlich, wer würde sein Geld investieren, wenn nach einem Jahr weniger Kaufkraft vorhanden ist als vorher, sprich, wenn das Geld jedes Jahr weniger wert wird? Wir sagen, kein einziger gesunder Mensch, außer er wird für dumm gehalten, manipuliert und in die Irre geführt. Zurück zur Verbraucherumfrage. Zu welcher Erkenntnis kommen Sie, wenn Sie diese Fakten sehen? Das Ergebnis dürfte klar sein. Sämtliche traditionellen Anlageformen von Banken, Bausparkassen und Lebensversicherungen, egal ob staatlich gefördert oder nicht, geben aus Sicht der Rendite nach Berücksichtigung von Inflation und Steuern im Vermögensaufbau keinen Sinn. Sie führen niemals zum Ziel. Hätten Sie mit diesem Wissen diese Anlageformen seinerzeit abgeschlossen? Deswegen lautet unsere Empfehlung mit all diesem Wissen, sofort alles aufgeben, was Sie nicht zu Ihrem Ziel führen wird. Je länger Sie warten, umso größer werden Ihre Verluste. Außerdem verlieren Sie wertvolle Zeit, um Fehler der Vergangenheit für die Zukunft zu korrigieren. Ein sinnvoll geplanter Vermögensaufbau erfordert Renditen im zweistelligen Bereich, so wie es uns Banken, Versicherungen und Großinvestoren vormachen. Alles andere macht mathematisch keinen Sinn. Es führt definitiv niemals zum Ziel. Unsere Philosophie lautet, entweder richtig oder gar nicht. Traditionelle Anlageformen eignen sich daher nicht für den Vermögensaufbau. Werfen Sie Ihr hart verdientes Geld nicht zum Fenster raus. Bevor Sie Ihr Geld sinnlos anlegen, sparen Sie besser gar nichts und geben Sie es sofort aus. So haben Sie wenigstens heute noch was davon. Todes ein helles Unternehmen !